Hallo Leute, hier nun der Finalkampf der Frauen bis 75 Kilo bei den Hessenkreiserschaften. In der Rotnecke für das Proxium Uppercut Gießen, Anastasia Bogdanow. Und in der Blaunecke vom Fuß Leider-Aschaffenburg, Ariana Winter. Wir wünschen euch viel Spaß, lasst einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat. Und abonniert unseren Kanal, euer Team und Partner der Verein. Jassel, jassel! Hachem! Jawel! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank. Ja, bitte! Jetzt, bitte! Ja! Dankeschön! Und wiederum kommt! ska ju ein paar RäST! Und đi! Ja, geht sie! Da gab es dann! Da gab es dann! Da gab es dann! Ja, da gab es dann! Da gab es dann! Da gab es dann! Ja, da gab es dann! N embrace it! Au fruit! Ja, das ist super. Jawohl! 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 Super! Oh! Jawohl! 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 Ingo, das ist der Alexander, der das Projekt von Kandenberg macht, ja? Sozialprojekt, kennst du ja, gell? Ja, ja, genau. Und ich hab' grad erzählt, dass wir so'n bisschen die Leute so'n bisschen mobilieren und das Kandenprojekt, wo er ja war und wo er Trainer ist, da kann man doch mal einen Bericht über die bringen, weil die sind total engagiert im sozialen Bereich, weißt du ja, gell? Dass wir da mal was ausmachen können. Ja, ja. Ja, das ist Alexander. Ja! Ich ruf' an oder schreib' dann, ja? Ja, genau, perfekt. Weil das ist so zeigenswert in der Außendarstellung. Wir brauchen ja jetzt soziale Programme. Ne, klar, machen wir das. Sehr gerne. Meine Kammer, wo ist das? Zwischen Neustadner Weißstraße? Mannheim? Mannheim. Zwischen Mannheim und Karlsruhe dazwischen. So, oh, da bist du weit weg. Wir sind Nordrhein. Kein Problem. Ja? Komm ich hin, ja, ja. Ich muss immer wieder mal nach Kassel hoch, also von daher ist das ganz größeres Thema. Kassel, ja. Ja, nee, das ist kein Problem. Das ist so ein Jugendbildvereinrichtung, ne? Kommen wir vorbei, wir nehmen das Ganze mal auf, machen wir gleich eine Reportage überhaupt. Ja, das sagt gerne. Ja. Schön, dann machen wir es so. Alles klar. Gute. Start. Und le そう ist so für ein großer mai, proprio choix. Ja? Du. Ja? Tag. Mach. Die Die. Ich bin Paz, die die Leute zusammen. Ja, duPozst, ganz klar. Hyo! Ja. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.